Direkt nach der Diagnose wusste ich ehrlich gesagt gar nicht selber für mich einzuordnen, wie oft ich mit der MS umgehen möchte. Also ich habe das zwar damals auch bei der Arbeit gesagt, aber auch nicht allen und also es war ehrlich gesagt war der Fokus mehr darauf rauszufinden, wie mein Weg mit der MS ist. Eher versteckt sozusagen, also ich habe das nicht irgendwie irgendwo auf der Arbeit oder im Studium oder irgendwie so erzählt, gar nicht, auch anderen Bekannten einfach erstmal überhaupt nicht. Am Anfang wollte ich es verstecken, nicht verstecken, aber es nicht besonders vielen erzählen. Mittlerweile hat sich das aber ziemlich schnell auch gelegt und ich möchte sehr offen damit umgehen. Vielleicht auch manchmal offener als das anderen lieb ist. Zunächst mal war es so, dass die MS sich weiterentwickelt hat und ich dadurch gemerkt habe, sie nimmt viel mehr Raum in meinem Alltag ein und verändert mein Alltag eben auch. Und dadurch kam irgendwann ein, hatte ich irgendwann das Gefühl, ich muss ja sonst immer irgendwelche Ausreden erfinden, warum ich jetzt nicht so leistungsfähig bin oder warum ich abends nicht mehr so fit bin oder so. Und dieses Gefühl wollte ich irgendwann nicht mehr haben. Ich wollte nicht als die kranke Lara gelten, habe aber dann gemerkt, dass ich mich selber dazu gemacht habe, indem ich das sage. Also ich bin vor einem Jahr mit der MS richtig in die Öffentlichkeit gegangen. Ich schreibe einen Blog, eine Webseite, eine persönliche. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich erzählen möchte, wie es ist, mit MS Mutter zu sein, wie das Leben ist und aufzuklären und anderen MS-Patienten Mut zu machen. Offenheit ist das eine und das andere ist das, wie die Menschen dann weiter damit umgehen, dass sie das wissen. Und das ist, finde ich, sehr verschieden, weil selbst wenn es enge Freunde sind, gibt es natürlich auch immer wieder welche, die einfach Schwierigkeiten haben, überhaupt mit dem Thema Erkrankung in unserem Alter umzugehen. Ich lese den Blog meiner Frau sehr gerne. Es spannt mal unser und mein eigenes Leben mal so völlig ungefiltert, nur aus dem Blick meiner Frau zu sehen, umschrieben zu bekommen. Das Feedback, das ich bekomme, ist durchweg positiv. Ich merke aber auch so bei einigen Veranstaltungen, da bin ich halt die mit der MS. Im Endeffekt würde ich nach meiner jetzigen Erfahrung schon sagen, okay, die Offenheit ist im Endeffekt viel einfacher für beide Seiten und tut, glaube ich, beiden Seiten viel besser und speziell auch dem Menschen, der die MS hat. Aber wenn man das in dem Moment noch nicht kann, dann kann man das eben nicht und dann ist der Zeitpunkt für die Offenheit eben erst später. Musik 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 Musik